Ich mach dir einen Vorschlag. Wir lassen die Kiste stehen und nehmen meinen Wagen. Dann fahr ich dich von Termin zu Termin und zwischendurch kommen wir bestimmt beim Gebrauchwagenhändler vorbei. Wär doch gelacht, wenn wir für dich nicht was finden. Ich höre immer wir. Habe ich Pickel oder eine ansteckende Krankheit? Es gibt Dinge, die muss eine Frau allein machen. Na, steht er wieder mal? Leider. Bist du mal so lieb?